Der FC Schalke 04 hat am Dienstag seinen Kader für das anstehende Champions-League-Turnier gemeldet. Insgesamt sind 28 Spieler dabei, zu denen einige Talente aus der knappen Schmiede, gehören. Schäftrainer Domenico Tedesco trug den 17-jährigen Yannick Lenze, Torwart, den 18-jährigen Amit Kutschudyou, Mittelstürmer, sowie die 19-jährigen Niklas Wiemann, Innenverteidiger Benjamin Goller, Flügelstürmer und Jannis Kübler, Mittelfeldspieler in die Zielliste ein. Die beiden Reservisten Michael Langer, Torhüter, und Sascha Rieter, Rechtsverteidiger, gehörten derweil nicht dazu. Der an den Folgen einer Leistenoperation laborierende Bastian Otschipka ist ebenfalls nicht dabei. Bei den Nachnominierungen im Winter, könnte er aber dazu stoßen, unter den 28 Akteuren gehören aber nur 22 der Hallliste an, obwohl man maximal 25 Spieler für diese Auswahl melden darf. Da Schalke aber nicht über genügend lokale Spiele verfügt, wurden dementsprechend drei Plätze gestrichen, neben den oben genannten Eigengewächsen ist auch Breel Mbolo Teil der B-Liste, mit der man den Kader vor jedem Champions-League-Spiel bei Bedarf aufführen kann, so sieht der komplette Kader aus. Torhüter, Ralf Fährmann, Alexander Nöbel, Yannick Lenze, Abwehrspieler, Hamza Mendül. Matija Nastasic, Abdul Rahman Baba, Salif Sein, Naldo, Niklas Wiemann, Benjamin Stembole, Mittelfeldspieler, Sebastian Rudi, Weston McKennie, Oma Mascarell, Suat Serdar, Nabil Bentaleb, Daniel Kaliguri, Amine Harit, Janis Kübler, Alessandro Schöpf-Stürmer, Jefin Konoplianka, Benjamin Goller, Marc Uth, Franco D'Aisanto, Amit Kucu-Dyu, Guido Burgstaller, Steven Skröpski, Cedric Teuchert, Breel Mbolo. Untertitelung des ZDF, 2020